Hey, es ist so frustrierend, VfB-Fan zu sein, aktuell wieder. Das ist, ja, alles nicht geil. In der Hinsicht lief es halt einfach auch krass schlecht, ne? Bisher, und es scheint ja nicht aufzuhören. Boah, Ball kommt durch, Schick, Pfosten! Ja, Diaby setzt sich da gut durch, steckt ihn durch auf Schick und er trifft zum Glück aufs kurze Eck nur den Außenpfosten. Puh. Huch. Naja, es ist auch so nicht vorbei. Wie gesagt, ich hab's ja vorhin aufgezählt. Wir haben noch sechs direkte Duelle, also aktuelle Tabelle, ne? Also auch Wolfsburg mit drin und sowas, ne? Aktuelle Tabelle. Wir haben noch außer Fürth die anderen sechs Klubs, die vor uns sind, haben wir alle noch. Alle. Sosa, Führig, lieber links, Mangala, ja, in den 16er, Tomasch. Abschluss! Latte! Lebt noch, Silas. Stenzel, lebt immer noch. Scharf rein! Boah! Heiliges Blechle! Puh! Das wär, ha, das wär fast der Einstandstreffer gewesen für Tomasch. Mangala schön durch. Und Tomasch, lange Ecke mit Gefühl an die Latte. Heilige Scheiße! Langer Ball. Ja, ein bisschen arg blind in die Mitte. Leverkusen hatten wieder. Andrich, Diaby. Ja, wird nicht aufgehalten, wird nicht aufgehalten. Und da schlafen sie. Oh mein Gott, wie sie schlafen! Wie sie schlafen! Wir sehen's nochmal. Jetzt Diaby macht sich da frei, geht vorbei. Und jetzt... Abschluss! Junge, Dinos schläft! Ito und Mafropanos liegen beide im Weg, blocken den ersten Schuss. Der Ball prallt einen halben 10 Meter weg. Dinos guckt in die falsche Richtung. Diaby nimmt den Ball und macht ihn rein. Wir abgestiegen sind 2019, ne? Ich glaub, das tust du ihm nicht nochmal an. Nochmal im Team drei Spieler gefutscht. Oh, Mangala! Da muss was gehen. Leg ihn hoch. Tomasch! Ja, Junge! Ja, Mann! Thiago Tomasch! Thiago Tomasch! Wie geil ist das denn, Alter? Und ganz viel Kredit an dem Tor hat Mangala mit der Drehung. Ganz viel Kredit hat Mangala. Geile Drehung! Ich wollte fast schon brüllen. Schieß doch endlich. Leg den Ball endlich ab. Und dann kam's noch. Runter und Tomasch. Premiere in der Startelf. Premieren-Tor. Thiago Tomasch! Macht einfach Spaß, den Namen auszusprechen, ne? Es macht einfach Spaß. Thiago Tomasch. Es macht Spaß. Führig. Und die Drehung von Mangala ist Weltklasse. Er sieht damit, er kann nicht abgeben. Klappt nicht. Horov Tomasch. Völlig frei. Kurze Ecke. Eiskalt. 1-1! Guck doch, Alter. Wir hatten ja ein bisschen Angst davor, dass Tomasch vielleicht ein bisschen Abschlussprobleme hat. Oder Abschlusssorgen machen könnte. Aber ne, den macht doch eiskalt. Auch der erste Schuss war ja Latte. So war ja kein schlechter Schuss. Geil, Mann. Heidigsblechle ist das schön. Als ob. Laben wir noch keinen. Als ob, Crispy. Der Mann hält zu seinem Wort. Laben wir noch keinen. Von Tag 1 gesagt, er wird der Beste. Er wird der Beste. Crispy kommt mit 5 Euro rein. Kuss geht raus, Bruder. Und aus irgendwelchen Gründen wird da jetzt auch 5 Euro angezeigt. Warum wird da 5 Euro angezeigt und beim anderen Dollar? Ah, deine Donation war Tipi Stream und nicht über den Super Chat und da fällt das 2 zu 1 für Leverkusen. Ja, wir haben Spaß. Macht einfach Spaß. Wollen wir aber auch so sagen können, das macht Spaß. Der ist nicht gedeckt. Der ist wieder nicht gedeckt. Der Kopf ist... Mann. Der Kopfball ist ein Wahnsinn, Alter. Den kannst du nicht besser bringen von da. Läuft rein und Köpfchen aus fast 16 Meter in die lange Ecke. Es wird nicht mehr besser als so ein Kopfball. Hey, dir wird hier wieder nur kurz... Wann ist das Tor gefallen von uns? Von der Minute maximal? Dir wird hier keine Sekunde Glücklichkeit gegeben im Leben von einem VfB-Fan. Keine Sekunde. Du freust dich wie ein verrückter Übers 1-1. Und eine Sekunde später fällt es 2-1, Mann. Ne, ey. Das ist halt wirklich nur noch bescheuert. Es ist nur noch bescheuert. Alter, ist die Kamera schlecht. Gib mir eine andere Kameraeinstellung, bitte. Alter, haben die Platz. Ja. Spiel ist vorbei. 3-1. Florian Wirth spielt es aus. Klar, du machst auf. Ja. 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 Weil so viel totaler Angriff spielen wir hier gerade nicht, als das dann in Würz 16 Meter vorm Tor frei zum Abschluss kommen darf. Dann musst du wirklich all in gehen. Volle Karacho vorne alles machen. Alles nach vorne schicken. Das haben wir ja auch nicht getan. Wir sind ja noch recht vorsichtig, indem wir nach vorne spielen. Und dann bist du trotzdem so offen, als würdest du auf totaler Angriff spielen, um mal in der FIFA-Sprache zu bleiben. Ja, TBD. Ja. Ja. Drin. Thiago Thomas Doppelpack. Ui. Hab ich das Spiel zu früh abgelegt, oder was? Das Tor geht auch wieder zum, vorhin ging es auch zum großen Teil auf Mangala, jetzt geht es zum großen Teil auf TBD, sehr stark gemacht. Und Thomas macht mir Laune. Weil das war jetzt, das war ein Abstauber, ne? Aber er muss ja da sein. Er muss ja da stehen, wo ein Stürmer zu stehen hat. Und das macht er. Er steht da, wo er zu stehen hat. TBD geht über außen, abgefälscht Pfosten und dann ist er drin. Da hatten wir mal Glück. Da hatten wir mal Glück in der Anstehung. Absolut abgefälscht von dem. Kradecki hatten noch mit dem Fingerspitzen Pfosten. Und Thomas steht da und staubt ab. Ja, hey, guck mal, ey. Auf einmal. Auf einmal. Crispy. Da kommt's. Bester Stimmer, den wir haben. Bester Stimmer als Sascha. Das ist ein subtiler Front, Digga. Das ist ein subtiler Front. Paulinho. Kriegt ihn ganz hoch. Würz. Schick. Abseits. Nein. 4-2. Natürlich das Typischste wieder. Wir hatten es vorhin schon. Direkt nach unserem Tor fällt das Tor von denen. Klare Geschichte. Warum auch nicht. Ne, kein Abseits. 4-2. Es ist es. Ja, meine Fresse, Alter. Einfach scheiße dann. Tut mir leid. Einfach scheiße dann. Ich habe ihn wieder aufgehypt für gar nichts. Ein klassischer VfB-Hype. Wieder ein Hype um gar nichts, Digga. Machst du ein Tor und fängst dir direkt danach wieder. Geil. Superspiel. Es war uns vor dem Spiel klar, dass wir hier verlieren. Es war nur die Frage, wie wir verlieren. Kriegen wir, wie es alle erwartet hätten, vollkommen auf die Fresse, dass es nicht passiert? Oder spielen wir, Beispiel Dortmund, Beispiel Leipzig, spielen wir gegen einen Top-Gegner gut, sind gut dabei, aber verlieren halt wieder. Weil gegen Top-Klubs verlierst du halt. Wenn Scheiße läuft, läuft Scheiße. Die sind eiskalter, bla bla bla. Und so ein Spiel war es heute wieder. Es war ja klar, dass du verlierst, aber man konnte sich mit anfreunden oder abfinden eher. Trotzdem bin ich jetzt angepisst. Weil du kannst auch hier wieder einen Unentschieden mitnehmen. Georgus hat das verdient gewonnen. Alles okay. Das Favorit verdient gewonnen. Die mussten das gewinnen. Alles okay. Aber wenn du wirklich das... Du machst das 1-1. Alles geil. Thomas Strift, Debüttreffer, alles geil. Und dann direkt danach fängst du das 2-1 nach dem Freistoß. Dann denkst du, 85. Ja, Spiel ist vorbei. Ja, Konter-Tor. Nicht gut gestellt. Die Tore waren auch alle nicht wirklich gut verteidigt. 3-1, Spiel ist vorbei. Okay, abgehakt. Und dann kommst du zurück. Das muss ja eben gut heißen. Du kommst zurück. Kämpfst dich rein. Hast ein bisschen Glück. Abstauber, Thomas. Geil, Mann. Vielleicht doch noch was. Ein paar Minuten nach. Vielleicht geht auch das 3-3. Nee, wieder. Eine Minute später fällt das 4-2. Eine Minute später. Das muss halt einfach nicht sein. Wenn du dich einfach cleverer anstellst, ein bisschen mehr Glück hast, dann kannst du in solchen Spielen auch mal einen Punkt mitnehmen. Sei es Frankfurt, sei es Leverkusen. Du musst eigentlich aus einem von diesen beiden Spielen mindestens einen Punkt mitnehmen. Ist einfach so. Ich sag, du planst dir keine Punkte ein. Ist okay. Wo du halt Punkte einplanst, ist halt zu Hause Bochum. Nächstes Spiel zu Hause Bochum. Da musst du gewinnen. Das ist, ja. Du machst dir so das Leben halt noch schwerer, ne? Wenn du einfach mal irgendwo random punkten würdest. Irgendwo random Punkte mitnimmst. Jetzt, ein großes Beispiel für mich ist immer dieser Sieg von Bielefeld in Leipzig. Wenn du mal sowas mitnimmst, dann ist die Welt viel einfacher für dich. Nee, so ist es ganz wichtig nächste Woche wieder. Dann machst du wieder selber fetten Druck. Aber, die Jungs waren dabei. Sie waren dran. Sie waren auf dem Platz. Sie waren präsent. Sie haben zurückgekämpft. Auch in Leverkusen sind zwei Tore geschossen. Das halt nicht reicht. Ist scheiße. Tomasch, guter Auftritt. Zwei Tore gemacht. Alles cool. Das heißt, er hat seine Knipser-Qualitäten. Gibt auch wieder viel Positives mitzunehmen. Das bringt uns halt einen Scheiß. Du musst Punkte mitnehmen und nichts Positives aus uns spielen. Es hilft uns halt nichts mehr leider. Das ist halt das Thema. Es hilft dir ja nichts mehr, nach jedem Spiel zu sagen, wir können Positives mitnehmen. Es hilft halt nichts. Du hast fünf Spiele am Stück oder sowas. Du hast das Problem, dass du keine Tore schießt und deine Spiele alle verlierst. Dann machst du gegen Frankfurt zwei, machst gegen Leverkusen zwei und fängst dann halt drei und jetzt hier heute vier. Dann machst du dir nochmal ein neues Profil im Feld auf. Klar ist die Abwehr nicht perfekt, ist das auch klar, aber die war davor weniger ein Problem als die Offensive. Jetzt treffen wir vorne, machen vier Tore in zwei Spielen, aber fangen uns halt auf sieben, Alter. Es gibt es halt einfach nicht. Es gibt es halt einfach nicht. Es ist so frustrierend, VfB-Fan zu sein aktuell wieder. Es ist so scheiße frustrierend, Mann. Es gibt es halt einfach nicht, aber 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 es gibt es halt einfach nicht. Vielen Dank.